Auch für persönliche Schutzausrüstung gibt es eine Verordnung, die PSA Benutzungsverordnung, eine Verordnung zum Arbeitsschutzgesetz. Dort ist der Begriff persönliche Schutzausrüstung definiert als jede Ausrüstung, die dafür bestimmt ist, von den Beschäftigten genutzt und getragen zu werden, um sich gegen eine Gefährdung für ihre Sicherheit und Gesundheit zu schützen. Sie kennen vermutlich alle Beispiele für PSA. Man sieht zum Beispiel auf Baustellen tragen die Beschäftigten einen Helm. Dieser Helm ist ein Beispiel für einen sogenannten Kopfschutz. Er schützt den Kopf. Es gibt Augen- und oder Gesichtsschutz, Augenschutz. Das können zum Beispiel Schutzbrillen sein, wie man sie etwa beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien antrifft. Gesichtsschutz ist dann noch größer, wenn zusätzlich zu den Gefährdungen für die Augen auch noch Gefährdungen für andere Gesichtspartien dabei sind. Etwa Visiere, die man vor dem Kopf trägt, beispielsweise beim Schweißen. Gehörschutz wird in sehr lauten Arbeitsbereichen getragen, teilweise leicht erkennbar, dann im Volksmund auch Micky-Mäuse genannt. Oder aber von außen fast unsichtbar, zum Beispiel als Form von Gehörschutz, der im Gehörgang steckt. Fußschutz wird zum Beispiel durch Sicherheitsschuhe geleistet. Atemschutz kennen wir zum Zeitpunkt des Dreh dieses Videos sogar im Privatleben. Die mitunter geforderten FFP2-2-Atemschutzmasken gehören zum Beispiel auch zur PSA, werden normalerweise etwa in Arbeitsbereichen benannt, wo gefährliche Stäube vorhanden sind oder wo bestimmte chemische Stoffe die Arbeitsplatzkonzentration überschreiten. Überschreiten und wenn Mitarbeiter mit Absturzgefährdung oder Vorabsturzgefährdung nicht anders geschützt werden können, verwenden sie gegebenenfalls die sogenannte PSA gegen Absturz, die sie etwa im Falle eines Sturzes aus der Höhe auffängt und somit vor dem Aufprallen auf dem Boden rettet. Was man unterscheiden muss von PSA, das ist Arbeitskleidung. Wenn Arbeitskleidung gebraucht wird, die aber nicht speziell der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz dient, dann gilt diese nicht als PSA, als persönliche Schutzausrüstung. Das macht insofern, insbesondere insofern einen Unterschied, als PSA vom Arbeitgeber gestellt werden muss und die Kosten dafür nicht den Beschäftigten auferlegt werden dürfen. Bei Arbeitskleidung kann das ja anders aussehen. Was wichtig zu wissen ist, dass aufgrund einer Maßnahmenhierarchie, die sich aus Paragraph 4 des Arbeitsschutzgesetzes ableitet, persönliche, also individuelle Schutzmaßnahmen und dazu gehört die Verwendung von PSA, nachrangig zu allen anderen Maßnahmen des Arbeitsschutzes einzusetzen sind. Im Arbeitsschutz gilt die sogenannte Stopp-Hierarchie, die das Akronym steht für Substitution, also Beseitigen der Gefahr, technische Schutzmaßnahmen, organisatorische Schutzmaßnahmen und P, personenbezogene oder individuelle Schutzmaßnahmen, wozu eben die PSA gehört. Und das ist eine Hierarchie, also der Arbeitgeber wird vorrangig versuchen, um Gefahren zu beseitigen, wenn das nicht geht, technische Schutzmaßnahmen einzusetzen, wenn auch das nicht geht, mit organisatorischen Schutzmaßnahmen die Gefahr zu vermeiden oder auf ein akzeptables Maß zu verringern. Und nur wenn das nicht geht, dann wird PSA eingesetzt, wenn das nicht geht, oder wenn der Aufwand hierfür unverhältnismäßig groß ist. Das ist zum Beispiel oft so im Falle des Lärmschutzes, wo ein technischer Lärmschutz nicht immer möglich, aber wenn er möglich, dann oft einfach unverhältnismäßig teuer ist und ein Gehörschutz wiederum gehört auch nicht zu den besonders belastenden PSA, sodass die Abwägung bei der Verhältnismäßigkeit dann schon mal zugunsten der PSA ausfallen darf. Ja, warum gibt es diese Hierarchie? Die gibt es deswegen, weil die PSA ja die Gefährdung der Beschäftigten im Prinzip zulässt. Insbesondere, weil ja auch die PSA selber eine gewisse Belastung darstellt oder darstellen kann, kann es eben die Gefährdung nur mindern, aber in aller Regel nicht grundsätzlich oder nicht vollständig vermeiden. Und das ist der Grund, warum der Gesetzgeber PSA in der Hierarchie der Arbeitsschutzmaßnahmen ganz nach unten gesetzt hat.